und mechanik quantenmechanik ist ja das hier so versteckt ist irgendwas oder guck mal hier ist doch noch zum beispiel raritanium kurz vor karte gucken wir waren das mit so machen ja es war ja mit l2 jetzt ok 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 was ist das in die dinge dimensionsfalte ach so es ist ein flitzkiefer nest ok das hier whatever und raritanium flitzkiefer nest raritanium flitzkiefer nest so klein kann die gut fest ihre berät das schiff hier schöner kann ich jetzt schon noch ein kann ich jetzt schon noch ein dass die neue ernst oder ernsthaft wir verlassen wir noch gar nicht fertig hier moment 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 viel zu schnell so was ist jetzt unsere haupt mission hier begibt die zum versteck das so kann ich vielleicht aber so markieren stufe 4 stufe 1 stufe 2 stufe 2 stufe 2 ach komm ein partypilz mr partypilz hau rein hier kurz einmal auswirken und gucken hier ist mir was versteckt grundtor wir waren Warte, 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 warte. Oh, hast du einen Stein geworfen. Bist du böse, ne? Du bist doch schon gleich am Ende hier. Grundtor. Grundtor besiegt. Schwester Park. Hey. Ach, da oben ist auch noch einer. Boah, ne? Keine Gegner mehr. So, da ist die Brücke. Du hast die Brücke zu deinem Verschweck zum Schutz hochgezogen. Aber zum Herablassen musst du zu unserer Plattform. Danke fürs Aufpassen. Ich komme schon hinüber. Sag nicht, mein Handschuh-Dingster kann mit diesem Spalt-Dingster interagieren. Dein Spaltstrahler, ja. Ziel doch mal auf den Spalt. Das macht Spaß. Und... Ah, stopp! Kisten! Kisten, Kisten! Stopp! Das ist auch etwas, ne? Und Raritanium! Schnell hin! Ah, grad verguckt! Kisten, Kisten! Ich habe den Kisten eingefallen! Kisten, Kisten! Was ist das? ich hab doch gerade gewechselt hab ich auch ein bisschen aufpassen mit der wenn sie ja so und jetzt die brücke unterlassen was von dessen anzusammeln oder auch wenn sie noch kristen auf jeden fall noch ja 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 so und runter lassen so ein bisschen schrauben sammeln ja komm schon dass wir das nicht ja ich lege ich versuche so Es muss noch einen anderen Weg rüber geben. Vielleicht bereue ich den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkäfer? Was soll damit sein? Ja, warte. Haben wir auch schon gesehen, aber... Maritalium! Ah, mega Talien. Stopp, ans Aufwärmendenken. Ach, da ist wieder hier. Hab ich nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen? Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit der Energy. Wupsi. Warte, wo ist mein Partypilz? Da. Mr. Partypilz. Komm, regelt das mal für uns. Mach mal eine Schwitterpilz. Mach mal eine Schwitterpilz, ne? Nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Hast geschafft. Und? Wieder steht ein Grund vor im Weg. Und schon bereue ich es. Komm schon. Wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Komm schon. So, das wäre es weg. Und jetzt zu meinem letzten Gegner, den Mordsdruckflössern. Da hinten auch noch was, ne, oder? Kisten mal noch mit, genau. Eins. Zwei. Ach, das wäre so eine Superschnecke hier, ne? Okay. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Ja, die Mords sind halt sonderbar. Juuupp. Eins. Zwei. Zwei. Okay. Rasche Schläge. Hier scheinen rasche Schläge gefragt zu sein. Die Mords sind halt sonderbar. Gut. So. Ne. Was habe ich jetzt verpasst? Ja. Dann finden wir mal die Wahrheit über dich heraus. Könnte ich nur mit Ratchet reden? Ja, okay. Geht wir schon gleich los. Warum ist wie Taum? Willst du mir nicht vertrauen? Hör zu. Ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das tue ich nicht. Ich wollte Ratchet nur helfen, die anderen Lombaxe zu finden. Wir erfahren die Wahrheit früh genug. Sobald ich dich und den Infobot aus Nefario City scanne. Das ist so ein Spion-Bot, ne, den wir auch mit Ratchet, glaub ich mal, äh, hatten wir im ersten Video. Ne, im zweiten Video. Ach, jetzt schaut's sich an alles, was passiert ist. Und wir so, okay. Tja, das ist Ratchet. Ja. Und du bist ein Mädchen und er ist ein Junge. Okay. Du warst also ehrlich. Wie ich dir versichert habe. Wiederholt. Dein Nefarius. Er sieht meinem sehr ähnlich. Und ist auch böse. Und der Lombax. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Wir? Hä? Ich dachte, Roboter sind nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß... Die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten... Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh. Bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor dich, ähm... Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem... Gehirn... Tagebuch-Dings war? Das hänge ich noch mal hoch. Au. Das war's mit dem Versteck. Dieses riesen Viecher, was gleich am Anfang kam, ne? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was ist hier so ein, so ein, äh... Okay. Nein! Es klänkt da jetzt... Klänkt ist jetzt da oben, ne? Okay, jetzt ist klänkt wirklich auf die Erlegung gestellt. Shit! Ja, hinterher, komm. Mit... Nicht mit dem Flitzdingen hier. Ich dachte, ich hab' das Raumschiff repariert, die Mods. Hey! Das ist mein erfrittender Roboter! Halt! 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 Warte... Warte, jetzt habe ich euch wie zuhört... Halt! Ah... Ah, da war doch... Warte Só… ...näine filter, enter, SPR-P MURPYRDOTH, eine flugstabille! das verflanzte, pr Mintvo啦! ha zu jetzt aber da haben wir uns aber gut zu tun nachher mal eine schöne reparieren na okay naja ich bin nicht beeindruckt der stabilisator wie erfreulich wir haben uns jetzt hier hier ist der flitzkäfer die sehen eher aus wie diese die tele schnäge von one piece so ein bisschen sowohl ist die nächste rampe Ja, ja, haben wir verstanden. Nur, wo ist denn die Rampe? Uuuuh. Brav. Und komm, hoch. So, Runde 2. Halte dich fest, halte dich fest. Moment, Partypilz schmeißen. So, Stufenaufstieg, Mr. Partypilz. Wieso lässt du nicht mit, das Ding steuern? Ich bin ausgeliefert. Komm, einer. Oh, es ist gut. Okay. kann das aber gezeichnung nicht keine immerhin zu mir gleich so bist du bist mir gefolgt da ja natürlich wir sind ja der max von einer galaxie wir sind damit das gegengestück sehen wir nach ob das schiff gepflegt hat so neue zieht orte ins schiff angegeben das war mir beim nächsten mal bis dort hin euer gamer tim drake